Sie sind ja pünktlich, pünktlich für die Maurer. Ich bin 88 Jahre, mein Mann ist vor zehn Jahren gestorben, deshalb bin ich allein. Je älter man wird, denkt man öfter an die Vergangenheit und deshalb ist das Alleinsein nicht so schön. Aber jetzt gibt es ja seit Neuestem dieses Quartiersprojekt und ich freue mich jedes Mal, wenn der Dienstag kommt, dass ich da hingehen kann, da brauche ich nicht kochen, das macht der Herr Henn hervorragend. Hier im Quartier leben viele ältere Menschen, wir haben auch einen Migrationsanteil von 60 Prozent. Für die Menschen verbessert sich durch unsere Arbeit ein Stück weit ihre Lebensqualität. Manchmal kommen auch junge Leute dazu und die trifft man da und das finde ich auch sehr toll. Und jetzt kommen die Gewinnzahlen der Hauptziehung. Heute freuen wir uns mit insgesamt 23.016 Gewinnerinnen und Gewinnern. Herzlichen Glückwunsch! Mit den folgenden Endziffern haben Sie das große Los gezogen. 030 579 Eine lebenslange Sofortrente von bis zu 5000 Euro monatlich. Für mehr finanzielle Sicherheit entfallen auf die Lose mit den Endziffern 19 20 710. Und jetzt kommen wir zur Wochenziehung. Je 5000 Euro gehen an zwei Lose mit den Endziffern 34 36 010 sowie 80 43 123. Jeweils 10.000 Euro gewinnen zwei Lose mit den Endziffern 33 53 267 und 70 71 847. Und 100.000 Euro entfallen auf alle Lose mit den Endziffern 50 74 200. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner! Du bist ein Gewinn!